Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Saschi und das ist der Daniel. Daniel heute im Studio. Warum habe ich den Daniel eingeladen? Wir hatten ja bisher hier die YouTuber Gonzalez und Clint im Studio. Wir hatten den Mentalisten Mark Hagenbeck, der immer wieder herkommt. Wir haben meinem Shoki Banoki-Partner, den Christian. Der Daniel ist heute hier, weil ich mir gedacht habe, Mensch. Du musst noch mal einen draufsetzen. Mensch, ich möchte mal wieder schlank aussehen. Ja, genau. Ja, deswegen ist der Daniel heute hier. Was er erzählt, ist total egal. Aber er kann ein Bierchen trinken und er kann mich schlank wirken lassen. So, das ist wichtig. Da bin ich ja beruhigt, dass wir gleich auf einem Nimmer sind. Ja, genau. Wir haben heute den 30. August und am 30. August hat Geburtstag die Cameron Diaz. Oh. Schlittchen, oder? Diaz, Diaz, Buenos Diaz. Ja, Cameron Diaz. Alter Schwede. Ja, hat gespielt in Verrückt nach Mary, Being John Malkovich, Winner the Sky. Da fand ich sie besonders gut, obwohl sie da eigentlich die Böse gespielt hat. Und die hat, was man gar nicht weiß, weil wir die Originalfassung ja in Deutschland weniger sehen, hat die Fiona in den Shrek-Trickfilmen gesprochen. Ah, okay. Ja, aber Cameron Diaz in einem Film fand ich sie nicht gut, der mir jetzt aber nicht einfallen möchte. So ein Mist. Wahrscheinlich. Da hat sie irgendwie so eine sexistische Sache da irgendwie gespielt. So irgendwie nur so Arsch und Titten und so ein Kram fand ich blöd bei der Cameron. Obwohl sie es hat. Ja, eigentlich. Ja, ist egal. Aber am 30. August ist noch was gewesen. Noch was passiert. Das Bier. Das Bier. Das Bier. Hätten den Kasten nicht trinken sollen vorher. Na gut, komm. Komm hier. Wir von der Brauerei Schinkel haben uns übrigens hier das Bier zur Verfügung gestellt. Bio-Bier. Supergut. Hat was. Hat was, aber lässt sich natürlich auch nicht flüssig reden. Trotz allem, Lothar Späth 1978 gewählt zum Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg am 30. August. 30. August war aber auch noch eine weitere Sache. Die hast du auch auf dem Plan. Habe ich auf dem Plan. Und zwar in der Sowjetunion hat man Angst vor Missverständnissen gehabt. In Amerika auch, um es mal auf den Punkt zu bringen. Man hat das rote Telefon installiert. Das berühmte rote Telefon. Das berühmte rote Telefon mit der Wählscheibe. Und ja, das waren einfach Schlussfolgerungen aus der Kuba-Krise. Man wollte hier Missverständnisse verbreiten. Das heißt, ein Telefon, das eine Direktverbindung zwischen... Zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Genau. Also das heißt, nur der Kreml, das Weiße Haus und ich habe ein rotes Telefon. Und wir drei können mit einer telefonieren. So sieht es aus. Ja, genau. Es ist ja wichtig. Also wenn irgendwas entschieden werden muss, dann muss natürlich auch mit dabei sein. Das war der 30. August. Am 30. August haben wir ganz viel gelernt. Und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin könnt ihr den Kanal liken, beziehungsweise abonnieren. Und dann freuen wir uns. Cheerio, Miss Sophie. Timaker 3 Untertitelung des ZDF fürcir Gonz Way Amin 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 Ams